Was ist das für Essen? Was ist das? Ali muss das sein. Ali und Naim, das ist das. Tschüss, guten Abend! Das geht auch mal, du bist. Das geht ab, Leute, das geht ab. Das geht ab, Leute, das geht ab. Das geht ab. Das geht ab, Leute. Das geht ab. Das geht ab, das geht ab. Tschüss, hoher Besuch hier aufscheint. Alles verständlich. Aber richtig hoher Besuch, Digga. Die Leute kommen hin, die sagen, Bruder, lasst in Hannover feiern. Jungs, entspannt euch mal. Habt ihr euch ja nicht gesehen, was hier abgeht? Ich hab Rafa gehört. Es war ruhig. Aber ehrlich, wir müssen entspannen. Die glauben mir nicht die ganze Zeit mit Nava. Ich so, Bruder, wir gehen zum Michelin. Warte, ich komme in Südde. Diese Jungs, die haben gerade ein 4er-Trupp-Urteil. Ich hab die Liga gelöst. Halt euch auf und macht 2-2. Das war so lustig, ne? Ja, du sowieso, du. Ganz anders. Halloween weiß ich noch nicht. Also 29. also wahrscheinlich Bremen. 30. bin ich in Ruhrpott. Und Halloween? Afro-Cloud. Keine Kinderscheiße. Aber da ist wirklich schwierig. Vor allem Afro, also Jungs. Ich guck euch. Regilis, ne? Bruder, sind wirklich krass. Aber gut, ne? Wo seid ihr noch? Was habt ihr noch gemacht am Ende mit den Fonds? Boah, ist das... Weißt du, wen die Abgaben zu da lieb? Das ist ich, Bruder. Ich weiß das natürlich. Meine Augen sind überall. Die einen, die wir kennengelernt haben damals. Na, die hab ich nicht angefasst. Diese Jungs, ne? Nein, die meine ich nicht. Die, die wir da getroffen haben. Lava! Die eine, die die ganze Zeit Walla gesagt hat? Nein, Mann. Was weißt du? Ja, der wir mal früher waren. Und die wir dann da gesehen haben. Kenntest du die oder wie? Ja, ja. Wir haben noch kurz drüber hinbekommen. Du kennst dich schon länger. Pride, Bruder. Pride, okay. Ach, Pride heißt nicht Julius Linger? Bruder, du hast angelogen. Das kann ich dir noch sagen. Hä? 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 Ich hab ihn so viel Last-Wallies geschickt. Nein, der ist auch durch, Alter. Und jetzt wollen wir sagen, Halloween Buggies. Bruder, was für Buggies? Hä? 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 Nava ist geil, Nava ist krass. Nava ist krass. Index sah auch krank aus. Index sah krank aus. Index sah krank aus. Ich würd euch sagen, lass lieber Index gehen bevor wir Nava gehen. Ja, wir haben gerade ne Aufnahme gemacht. Ja. Ist Nava der krasseste Club? Nee, Nava ist krass, aber Bruder Index ist schon... Sagst du Index, Index wird krasser sein? Ja, ja. Aber Index wird krasser sein. Wann wollt ihr Index gehen? Halloween, wenn? Wir reden nur über Halloween jetzt. Okay, okay, okay. Weil Bruder Index ist krass. Sollen wir jetzt Zählen machen, dass wir da hingehen? Ja komm. Ist Sonntag eh, ne? Ist es Abstag oder nicht? Nein, Halloween ist ein Sonntag. Wann fahrt ihr dann drei Tage durch oder was? Bruder hofflich nicht. Dreimal Samstag, Samstag. Bruder hofflich nicht. Ja. So auf jeden Fall. Ich hab dir gesagt, Bruder kommt einen entspannten Tag, Bruder. Wir gehen nach Plaza. Ja. In Bielefeld gehen noch schön was essen. Und dann von da aus. Klär dir mal was Plaza ist Bruder. Ja, Plaza ist auf jeden Fall der Ort in Bielefeld. Wenn wir nach Bielefeld gehen, ob wir da feiern gehen oder wir chillen jetzt. Aber erstes gehen wir wirklich dahin. Sagst du? Ja, ja. Ehrlich da ist auch wirklich krass. Schmeckt auch gut. Gutes Essen Bruder. Schnell. Lecker. Cool. Schöne was rum. Schöne was rum. Wir reden von Buggy, ne? Bruder was für Buggy. Ey ich sag ehrlich Hanno. Also Niedersachsen feiern gehen nicht rein. Hast du schon mal? Ja, Mann. Nein, aber Bruder lass mal. Keiner hat mir jemals von Buggy erzählt. Chill mal jetzt Bruder. Geil. Wenn man nichts von ihr hört Bruder lass mal. Buggy ist sowas wie die Osna. Sie kann auch mit Osna vergleichen. So ne Neo und so. Das einzige was ich gehört hab was gut sein soll ist bei Dings. Sag mal bei Nordkurve. Ponys. Ponys Nordkurve. Hab ich auch gehört. Das ist die Türscher voll die Wunden. Nein. Ah, weiß ich nicht. Das nur das hab ich gehört. Ich sag ne, Digga. Ponys Nordkurve kann man auch mal irgendwann schauen. Aber sonst lasst Niedersachsen feiern sein. Was schreibt ihr da nicht? Oder Freitag. Nein. Nein. Das ist es. Das ist Ali. Ali ist hier. Der ist im Bademantel. Ali der allerechte Digga. Was glaubt ihr für nen krassen Weitwinkel? Flexst du hier viel? Nein Bruder was für Flexi? Wir ziehen keinen Kokain. Kein Kokain. Wir haben mit Flexi nichts zu tun. Genau Flex. Wir distanzieren uns auf jeden Fall. Wir distanzieren uns auf Flex auf jeden Fall. Nichts für Flexi. Boah was hast du da aufgemacht? Was? 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 Wir müssen drüber reden. Was interessiert euren Zuschauer? Was denn? Wir können über alles reden. Wir nehmen keine Drogen. Erklären was die Bettner zu suchen haben. Bruder! Ich schlafe doch da. Ich schlafe doch da. Ja? Was denn mit Besuch? Ach äh als wir in Herford waren? Ja wir gucken das auf jeden Fall noch an. Ach so. Warum ist das kaputt? Naust du in das Bett? Oder warum ist das kaputt? Also. Das ist eine gute Frage. Wie stellt dich alles. Wegen Michee der Mann. Nein. Ich dachte das war ich. Nein das war Michee. Das war Michee. Ehrlich? Nein. Doch Junge. Doch auch. Boah. Ey. Hi Freundin. Mein Freund ist im Chat übrigens. Hi Schatz wie geht's? Jenny mit der wie gedreht hat. Wie kappst du überhaupt auf diese Jenny? Ach Jennifer. Ja. Nein. Wie kappst du überhaupt auf die Jenny? Ja. Er ist weiter als du. Er ist weiter als du. Er sagt einfach schon Jenny. Na sorry Jennifer. Er ist einfach weiter als du. Nein die ist cool. Die ist cool. Und die macht auch Zilch. Ich habe gesehen. Die war live so ein paar Mal auch. Ja die ist korrekt. Ich kam links Westens. Mein Mensch hat mit der Kontakt. Ach super. Ist das der der da war? Ja. Wie heißt der nochmal? Dominik. Sehr lustig ja. Dann wäre es kurz. Das wäre dein Bruder. Ne ganz kurz. Ganz kurz. Ist das in einem Sprechen? Ne ist ja nicht. Wann kommt unsere Folge raus? Nächste Woche Sonntag. Tschüss. Bruder bitte. Eine Sache noch. Bitte in Zukunft. Nicht sagen Video kommt. Erst wenn hochgeladen ist. Glaub mir. Erst wenn hochgeladen ist dann sagst du okay Video kommt. Ah YouTube Probleme. Mein Herz ist immer kaputt gegangen. Alle im Stream sagen. Das Ding ist. Ich kann noch fast gar nichts machen. Ich weiß. Ich weiß. War das nervig. Da muss man gucken. Boah diesen Tag wo ihr hochgeladen habt. Und Copyright Track bekommen habt. Welche Video war das? Das war das nochmal. Multi. Ja ja. Ja Bruder. Ey. Ich bin durchgegangen. Das war krass alter. Ist auch abgegangen ne. Was habt ihr gestern gedreht? Paar. Er kennt das Paar. Ja man. Das war richtig wild. Das war richtig wild. Ja. Geil. Sexstellung und so. Richtig Sexstellung und so ne. Boah da hätten halt echt spannende Sachen Fragen können. Deswegen wir müssen unbedingt einen zweiten Paar mit euch machen. Gerne Bruder. Ich hab euch richtig vermisst dabei. Ey ihr hättet so gute Fragen gestellt ne. Bruder ich erzähl ja klatsch mal auf Arsch. Wir haben alles gemacht Bruder. Aber wir haben Geld auch dann aufgeben. Ja wir werden auch immer noch reagieren Bruder. Ich hätte Sachen gemacht die haben die nicht gemacht. Ich glaub auch. Tieter macht Spaß oder ja ja. Aber es geht dann ne. Wir wollten auch Sexstellung und so. Ja Junge auf dem Tisch und so. Auf dem Tisch und so. Auf dem Tisch und so. Wääh. Ich sag's da. 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 Das ist von meiner Schwester. Geh mal bitte ganz kurz. Hol eins von Eli. Ich will mir auch eins ja. Der ist von Eli. Der ist gut der Typ. Du magst auch Sachen. Hinten. Alter. Wissen Leute eigentlich was ihr so für Ex gemacht und so? Ja im Club und so. Wir posten. Wir posten auch in Storys und so. Was die Fraction Club machen so. Auch was danach. Bruder so ein Club hat man gesehen. Bruder alles gut weißt du. Danach schlafen und so. Ist doch ganz normaler Ablauf. Nix groß ist ne. Michelle postet nicht. Michelle wird gepostet. Ja so. Ich bin ehrlich oft mehr mittendrin im Geschehen anstatt der offen. Ich bin der Filmer. Er ist echt der Kameramann. Er ist echt der Kameramann. Ich muss immer alles festhalten. Und das ist auch gut so. Deswegen Alter. Mit dir unterwegs. Ich muss mich festhalten. Ich bin unbedingt mit Michelle und dir bei ihr. Alter. Guck mal der guck mich ganz dahin. Der kommt nicht weiter. Ich hab zu Michi gesagt. Ich hab den Bruder nicht wiedererkannt. Auf einmal tanzen. Ratschen. Das ist der nächste Bruder. Aber die waren auch gute Truppe. Mit Sam und Micky. Das sind auch. Boah. Erzähl dir mal das mit Micky auf eine Frau. Bitte. Erzähl dir mal das. Wir gehen um vierte. Warte was. Was auch nicht. Das ist das? Das ist das. Auf wenigstens ich jetzt noch. Auf wenigstens ihre Auseinien. Die gehen zum vierte auf ein Mädchen. Irgendwann Michi geht an. Das macht keinen Sinn zu mir. Ich sag die Leute. Halt euch auf. Ich sag aus den Jungs. Halt euch auf. Ich sag Jungs. Bitte halt euch auf zwei, zwei. Ich geh rein. Da haben wir unsere zwei schwarze Schrecken. Warte nicht gehen weg. Ich komm wieder. Sie sind immer noch zu viel. Sag mal was du meinst! Araba! Bruder, sag mal was du meinst! Aber cool an dem Tag, ja? Wir warten immer noch auf Nahehen bis heute. Echt lustig, Bruder. Ihr habt gesehen, der Club war nicht so voll. Die Leute gingen nicht so ab. Wenn endlich jetzt Schrott wird. Garantie! Garantie! Mach das doch mit Mischee! Mach das doch mit dir! Weißt du was ich gesagt habe? Ihr fährt schon nur auf den Parkplatz und sagt Bruder behindert. Garantie! Was werden wir nach dem Abend sagen? Garantie! Ihr werdet sagen, boah Index, so einen Club hab ich noch nicht gesehen. Garantiert! 100%. Heute sag ich das, ne? Safe! Nein, ich bin auf dem Team Nahehen. Für mich dasselbe, Bruder. Index ist halt Bruder größer, aber sind nicht dieselben Leute wie ihr. Jaja, das ist nicht die Leute. Nahehen sind so Bruder richtig High Society, Bruder. Nahehen sind so Leute die denken, aha, Bruder die macht ja auch. Nein, nein, glaub mir. Und das Ding ist bei Index an Halloween, warum ich sag? Dings so. Er meint so schäbig und so seinen Typen. Ach so, ob sie sauber machen und so. Also ob sie da auf den Berg liegen. Der Club ist krass, Digga. Und deswegen sag ich Index Liebhalter, weil die werden an Halloween, die werden Dings, die werden den Club krass machen. Ja, was ist das Ding? Die geben sich immer richtig Mühe für den Club. Die geben sich richtig Mühe für alles. Ach so mal. Der Dance, Bruder, geben sich richtig Mühe. Nein. Du kannst, kannst. Ich glaube, das ist ein freier Eintritt und so sogar. Ich zum Beispiel, ich gehe als Fußballer. F***er. Sporthose. Hä? Locker. Trikot Paris. Eintrittsbereich, ne? Die machen geisterbares Sorte. Das ist heftig. Die machen echt immer, jedes Mal geile Sachen, Digga. Muss man sagen. Die sind halt Leute, die gehen richtig Mühe für den Club. Warte schon mal. Ne, ne. Ich war einmal. Ich hab nur gesehen. Bruder, bei denen die brennen. Trotzdem hast du so große Ansichten. Ja, Digga. Index kenn ich, Bruder. Immer wenn... Guck mal, Index gab es noch nie einen Tag, wo ich gesagt war Mühe. Oder geht so. Noch nie. Weil das sind doch Holländer. Aber haben wir allgemein mal einen Abend, der Mühe war so? Hatten wir eigentlich schon Mühe. Ja, aber das heißt Mühe. Wenn man zu feiern geht, dann... Ja, aber es gibt Clubs, Bruder. Dann gehst du hin und denkst dir so, Bruder, wäre ich schon an anderen Club gegangen, wäre, glaube ich, heftiger gewesen. Ja, ja. Guckst du an die Storys, Bruder, von anderen... Aber ihr geht auch sehr auf feiern, ne? Ja. Oder? Doch. Wir sind 11 Wochen ab Stift, Digga. Am Ballern... Also ab Feiern hier links. Ich hab Angst, dass wir die mit denen feiern gehen. Guck, das ist Index. Äh, Nava. Das ist Nava. Das zählt dann nicht mehr. Ich hab keinen Bock, dann so jede Woche auf einmal feiern zu gehen. Nein, musst du auch gar nicht. Schrei mal bitte bei YouTube. Ich werde sehr schnell süchtig dann. Ja, wir sind viele unterwegs. Schrei mal bitte einmal Index, Halloween. Digger. Das ist sowas einmalig für uns. Wir waren... Das ist einmalig, aber... Nee, das wird dann... Guck mal, Jungs. Jungs, wir sind Index von hier anderthalb Stunden. Ja, eine Stunde. Eine Stunde zählt. Guck mal, Jungs. Sogar bei Spiegel TV, ne? Sogar bei Spiegel TV, ne? Den야! Wie war das��? Sogar bei Spiegel TV, ne? Und als wir sie vom Vielen Dank. Wir machen auch eigene Party jetzt, am 13. Das ist Odin, der ist aus Oberhausen. Aber so halt, das wird cool, Alter. Wenn ihr dabei seid, sagt ihr jetzt an, Digga. Wir sind auch live, wir halten das alles fest dann, ne? Falls irgendjemand von euch nicht kommt... Ah, du musst arbeiten, ne? Kommst du? Komm. Und jetzt ist Halloween, also Sonntag, meinst du? Ja. Weil bei euch 1. November kein Feiertag, ne? Bei uns, ich weiß das, deswegen ist es Samstag, sind die ganze Halloween-Geräte, ne? Ja, weil ihr merkt selber, bei euch macht keinen Sinn, ihr wollt Halloween einfach einen Tag vorschieben. Das ist schon peinlich ein bisschen, ne? Muss man sagen. Er biegt mich so auf. Ali, Alter, das sieht echt schon krass. Virage hab ich keine Ahnung irgendwie. Sag nie. Wir haben mit meinen Freunden drüber geredet. Virage auch sehr gut. Virage war ich noch nie. Osnabrück, ne? Osnabrück, ne? Osnabrück, ja. Doch, wir waren da. Wir waren mal da, Bruder. Da war der Verdi ein Auftritt, ne? Da war der Club nicht voll, ne? Aber, Bruder, wirst du dich vorstellen, im Club, mitten im Club, ne? Mittendrin ist eine, 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 Dings, eine VIP-Area, ne? Bruder, du stehst da und da darfst eigentlich gar keinen Zeitraum, Bruder. Teife und Champagner und so, Bruder. Und rum, rum, tanzen alle Leute. Welcher Club war ein Geldseurer, meiner Meinung nach? Bruder, für mich Nava und Index. Es gibt keinen besseren. Bei solchen Clubs, die Leute kommen schon überall, ne? Ja, ja. Also Index, Bruder. Index wirklich. Keine Kennzeichnung von... Keine. Du fährst Nava auch rein, beziehungsweise fährst du auf den Parkplatz, du gehst erstmal erste Reihe nur... Du siehst Leute und so an die Sachen. Nava, echt nur fette Autos. Nur fette Autos, dann die ganzen normalen Autos parken irgendwo ganz hell. Dann hab ich keine Chance rein, Polo. Bruder, glaub mir, komm mit Obe Korda, wir klären alle da. Glaub mir! Wir haben richtige Chancen, weil die Leute können noch nicht reden. Wir holen Flasche und so, Bruder. Ich hol keine Flasche. Junge! Wisst ihr welchen Club ich unbedingt mal will? Rush Hour. Waren wir auch. Waren wir? Als wir da waren, war krass. Aber jetzt ist Müll, ehrlich. Rush Hour ist jetzt vorbei. Vorbei, vorbei. Vorbei, ne? Gar nicht. Dortmund ist eine richtig unsympathische Stadt. Außer, wie gelse Kirchen und so. Auch Müllstädte. Richtig unsympathisch. Was genau, was genau. Ehrlich, Rupert, erst ab, Essen, Oberhausen. Da können wir reden, Digga. Alles andere. Mönchchen und so. Ey, warte, guck mal. Mönchchen waren wir doch nie. Mönchchen, ich weiß nicht. Das ist schon ne geil. Ich hab da ein, zwei Freunde, die sagen, München ist so tot. Die fangen jedes Wochenende nach Berlin. Ja, Rona. Hier ist doch ne nach Berlin, ne? Die sagen, München ist tot. Von Leuten her und so. Die sind halt nicht so cool. Kann ich mir gut vorstellen. Da geht doch nix ab. Wer will denn dahin? München, viele sagen auch München ist voll teuer und so. Ja. München ist auch voll weit von allem, Bruder. Der gezahlt nur München und dann alles einfach ist weg, Bruder. Stuttgart ist ja auch noch cool, Alter. Ja. Stuttgart war ich auch schon auf. Wir gehen jetzt auch Stuttgart-Tour. Da war ich Perkinspark. Im Januar gehen wir nicht nach Stuttgart, oder? Da war ich Perkinspark. Ab Januar gehen wir nach Stuttgart. Perkinspark, Bruder. Perkinspark auch. Geiler Club, aber hält nicht mit NRW mit. Also hier hält nicht mit NRW mit. NRW und Berlin ist schon wirklich so on top. Kann ich mal zeigen. Die krassesten Story, die ich so Klubs erlebt habe. Bremen Avenue war krass. Hab ich denen auch immer erzählt? Ja, Mann. Bremen Avenue, Bruder. Waren 15 Leute, Bruder. Adoate muss ich auch gehen. Was hast du aus dem Match, wie du gesagt hast? Skepta war da. Sobald Adoate aufmachen, musst du sofort kommen. Ich so, Bruder, ich komme. Und jetzt haben die auch. Das heißt, Bruder. Bad Moms J war da. Loredana war da. Skepta war da. Skepta war da. Skepta war da. Skepta war da. Wie alles. Skepta war da. Ufo war auch gestern da mit Skepta. Ufo war auch da. Aber nur da. Nur da. Weil Skepta da war. Es lohnt sich dann alles. Wenn wir in der Esther spielen, muss ich chill auch machen. Also, bist du dann aufgetreten? Ja, ja, doch. Aufgetreten. Ja, aber Apoche ist dann aufgetreten? Nein, aber sein Lied läuft und macht ja so. Ja, die waren am chillen. Die waren am chillen da. Skepta Graham. Die holen jetzt die Leute, Digga. Ja, die haben auch das Geld. Alle holen jetzt wieder die Leute. Hey, du hältst es heftig, Bruder. Freitag. Gehen wir auf Umruf. Alle waren da. Chefin. Alle waren da, ne? Echt? Ja, oder alle. Alle. So viele Leute. Und Ali nennt man beim Chega her. Ich bin sehr gut fix. Habt ihr Matthews seine Storys gesehen? Ja, ja. Ich hab eine Storys gesehen, aber da hast du ein Mädchen aus seiner Storys. Die kann man sagen, hey du Fotze. Ich hab den gesehen. Ich hab ihn gesehen. Du kannst an jeden Wort aus. Und glauben wir so ungefähr diese Richtung gehen. Aber auch. Frauen sind da richtig stabil. Aber wirklich so 10 von 10? Ja, ja, da auch. Den hat er gesigned. Ich hab keine Ahnung. Du tust echt 10 von 10, ne? Du tust echt 10 von 10, ne? Ehrlich. Boah, Bruder. Und Index nicht? Doch Index auch. Jungs, weil ich hier enttäuscht werde, ne? Nein, nein. Ich schwöre auf alles. Nava wirst du nicht. Berlin NRW ist gerade sehr mächtig, ne? Mächtig. Mächtig. War heute Ausstellung in Berlin. Einfach Kanye West war da. Echt. Lava, hast du mit dem Ding gemacht? Boah, Kanye West war alle, bruder. Ja, Kanye West läuft seit oft irgendwie hier, ne? Der feiert Deutschland. Einen Monat, Alter. Weißt du was cool war? Und die Leute, mit denen wir waren, wir waren eine coole Truppe da. Wir waren zwar ein paar viele, aber bruder, alle Damen waren cool. Die haben Mut gefeiert. Keiner war Matschen besoffen. Es war cool. Wir haben unser eigenes Ding, ehrlich gesagt. Ja, ja, das ist das. Frauen ohne Ende dort. Ansonsten wäre halt gut, wenn er noch ein paar Frauen in einem Club... Mit der dunklerringende? Der wurde dann nicht so laut. Alles gut, ey. Er hat an einer Bar geheiratet. Aber die Schäden, der macht mal lieb, ey. Ich halte die Schäden auf. Weißt du, mit dem willst du eh nichts zu tun haben. Ja. Aber gut, weil auch von Location, ich hab wieder gemerkt, der ist so geil, der Club. Er hat so ein ganz komisches Outfit. Schick mal, hast du Videos gemacht, Schwelle? Da, Kanye rauf ein Doppelabfil. Tschöne mal jetzt. Wie redest du über Kanye? Achala Alarm. Achala Alarm. Mega, zu denen geht kein Achala Alarm Filme, ne. Der ist mit der Deku. Ja, guck mal. Weißt du, auch noch ein Patron kommt vorbei. Ach, Jan, digga. Wenn du auch kamst. Rambo war auch da. Rambo hat auch Abriss gemacht. Rambo ist der Mann, digga. Rambo hat echt einen Abriss gemacht. Rambo holt Flasche und trieb dich mal, digga. Ich hab seinen Freund immer gesehen, ne. Weißt du, was an Rambo immer richtig crazy ist? Rambo ist immer so abgefuckt, wenn er ohne Mädchen nach Hause geht, ne. Der ist immer so abgefuckt, egal was ist. Der Arm war Müll. Der Arm war Müll, wenn er ohne Mädchen nach Hause geht. Immer. Rambo kannst du nicht zufriedenstellen. Er braucht unbedingt einen Gehör. Hörst du, Rambo? Aber ich hab seinen Freund, Dennis, hab ich gar nicht gesehen am Tag. Einmal kurz. Ist Ali da? Ja. Der ist so aufdringlich, ne. Der ist so aufdringlich. Aber sehr, sehr nett. Der Bruder, sehr korrekt hat mich. Ich hab ihn nicht gesehen an dem Tag. Oder vier Chayas waren von mir dort, Bruder. Die wollten abhauen, Bruder, ne. Ich wollte die gerade zur Tür bringen, weißt du? Die waren neben mir da, Bruder. Dann bringe ich die auch ganz kurz zum Ausgang. Ich komm mit. Bist du, Bruder, alles gut? Ich bringe den kurz ab. Bleib hier sitzen. Das macht das schon, Bruder. Bleib hier sitzen. Ich komm mit. Bis zum Ausgang. Doch, doch, doch. Digga, Rambo ist der Mann, Digga. Boah, darüber reden wir immer. Nicht Rambo, Dennis auch. Ach so, Dennis. Ja, Daddy und Katja und Johan waren auch da. Daddy hat Abrüst gemacht. Ich liebe Rambo, Digga. Ich hab mit Katja Schalzer gesagt. Habt ihr gesehen? War gut aus? Ey, ich krieg die Person nicht zu. Ich glaub, das sah gut aus. Ja, direkt vor mir. Wir tanzen. Wir tanzen. Die kann ja tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Und bei mir geht's schnell. In mein Kopf rein. Du kennst Jimmy Neutron? Ja, genau. Oder so. Mit Katja, als ich mit der Salsa getanzt habe. Das sah super aus, Leute. Ich dachte mir, warum hat das keiner aufgenommen? Das sah super aus. Der ja war Matsch, ne. Habt ihr ihr Bild gesehen? Unser Gruppenbild? Ich zeig euch das. Der ja ist ein Matsch. Der ja ist ein Matsch. Der ja ist ein Matsch. Der ist nichts guter aus. Der kommt. Wir sind jetzt Kaffi. Die eine ist ein Matsch. Was? Ich war Ali, der hat dir so viel gegeben. Rambos ist der Mann, Digga. Hey Bro, ist alles fit? War ich nochmal bei dir? Der ganze Icke ist Virgil Ablo, Digga. Der ganze Icke ist Virgil Ablo, Digga. Der ganze Icke ist Virgil Ablo, unser Designer natürlich auch am Starten. Wir waren mit Zirko und Bielefeld? Ja, ja. Die haben mich angerufen, die so kommen... Familie Treff. Ah, Bruder, Familie Treff. Bruder, Familie Treff. Bruder, Familie Treff. Cousin. Frauen und so. Die sind mit Frauen und so. Es war alles gut, Bruder. Aber die meinen, ich soll auch kommen. Wie war die Hochzeit, Jungs? War entspannt. Nathan war nicht da? Ja, nicht da. Hast du noch bis nicht hingehen? Mhm. Aber ich... Ich hab gesehen, einer geht auf Hochzeit, der ruft mich an. Bruder, ich komm mit dem Zug nach Hause. Die Leute wollt ich mir nach Hause gehen. Ja. Muss ein Zug nach Hause. Zum Zug der Abend, du? Die Leute waren noch mal Feiern da drin, ne? Ja, ja. Aber Samstagabend, der Abend fährt gerade nach Hause. Alle gehen feiern, schreien im Zug rum, Digga. Ey, ich zeig euch Videos von Zugfahrt. Guck mal, wie lustig das war. Ich bin Zugfahrt, das sind Dortmund-Fans, ne? Digger, die haben... Hat er dir gezeigt, Zello? Ah, Zello weiß Bescheid, doch. Ja, ich hab auch gepostet. Ach so. Bitte, guck mal, was die gemacht haben. Dafür fragst du. Du rüstert auch. Kai, hast gesehen deine Leute, ne? Auf Dortmund. Das ist Dachschaden korrekt. Aber wenn die wurden rausgeschissen, ne? So lustig, Bundespolizei kam und so. Oh, Digga. Ich musste so lachen, ne? Ich verstehe, was ist das? Ey, Index muss nicht sein, ne? Hättest du die Geile gesehen? Der ist nicht geil, ehrlich. Ey, Index muss nicht sein. Schöner, fanden die die Geile? Was? Guck mal, Nathalie, ich bin ehrlich, da sieht die Gast anders aus. Nein, Digga. Dies ist Quatsch, Bruder. Dies ist Quatsch, Bruder. Dies ist Quatsch, Bruder. Oha, Quatsch! Bruder, dies ist wirklich Quatsch hier, ehrlich. Oha, Digga. Einmal kurz, fünf, zehn, Skala, Nathan. Bruder, drei oder so, ich schwöre. Habt ihr eine Sekunde gesehen, als ich die Aufmerksamkeit geschenkt habe? Nee. Sam wird dich für die umraten. Bruder, lass die da, wo die ist. Auf einmal, die tickt mich die ganze Zeit an, die will mit mir reden und so. Ich schwöre, ich denke, ey, weiß ich, ich sag Hallo und schweiß durchgezogen. Ganz schnell differenzieren, Bruder. Die wird doch weg. Warum, die ich klarmere, Frau und ich nicht klarmere. Das ist ganz schnell. Du musst echt gucken, lad, Digga. Ich hätte den Mantel rausgenommen. Digga, nur hat dir noch Matte von dieser Frau. Guck dir das Video an, Bruder, guck dich das Video unbedingt an. Das ist doch nicht mal draußen. Bruder, lass das. Kumpel hat ihn mitgenommen, weggekommen. Was? Alles gut? Das bleibt geheim. Aber wie gesagt Bruder, Halloween geht vieles, Bruder. Ja Halloween, Bruder. Ich schraub Erwartungen so hoch, das ist nicht normal. Also wenn ich mit dem feiern kann cool werden, aber ich gehe auf jeden Fall nicht dahin. Weil da ist mein Ex-Baby auf jeden Fall auch. Und ich komme mit Freunden. Garantiert. Ich kann dahin gehen, ich kann Apos machen, aber die haben keinen Spaß. Also mich Jupp gar nicht, aber die haben keinen Spaß. Bruder, glaub mir. Auf Fatih glaub mir, ne ehrlich. Bruder, ich sage, ich mache Abriss, egal wo. Frag Ali. Aber es ist krass, Bruder, wenn wir auf ihren Nacken im Prinzip eine eigene Fatih machen. Ja, das ist ja cool, das mache ich nicht, aber Bruder, die Leute... Boah, da müssen wir auf jeden Fall... Du kannst so viele Leute holen, ne? Hier in Mindenberg. Bruder, bitte, ich schreib dir. Ja, ich schreib dir. Location. Welche Location? Die von Harvard? Genau, genau. Die war gut, ne? Boah, die war heftig. Ich weiß, Bruder, ich bin der Mann, Junge. Ich bin's, Cousin, ich bin's, hallo, ich bin's. Aber sag dir, dass du das bist. Nein, nein, doch keine Frage. Weil wenn ihre Freunde sagen, ey, Michi kommt auch, Digger, kann sein, dass sie nicht mehr feiern auf einmal. Glauben wir? Das ist krass, Digger. Aber ehrlich, ich weiß... Ich sag ehrlich, ich glaub, weil euch Nava und so kann passieren, dass ihr umgeht, ne? Ey, doch, wenn ihr die krass findet, Jungs, ehrlich. Nein, ich bin der Herrschweiße Mann, Bruder. Ich weiß nicht, als wir Herrfurt waren, als wir Goldfurt waren, ich weiß nicht, ich hab sie nicht richtig, richtig angehört. Ne, aber besser, glaub mir, besser, dass ihr dich nicht richtig gesehen hast. Ehrlich, ich schwöre besser, glaub mir. In Nava siehst du kippst um, Bruder. In Nava sind viele hübsche Frauen, wirklich. Bruder, nicht viele. Alle. In Nava, glaub ich, mehr als Index. In Nava, es gibt keinen hässlichen Bruder. In Nava findest du auch keine Dicke und so und so. In Nava nur, Bruder, hübsche Frauen, Bruder. Aber du darfst nicht vergessen, denn die Frauen, die da wissen, das sind immer Typen, die Flaschen irgendwo ausziehen. Weil die Dicken, die wissen, die fahren nach Hannover und so. In Nava ist nur all Dicke. In Nava ist nur all Dicke. Ey, Celo hatet dich Dicke. Der Celo ist 15, Bruder, der war noch nie ein Clip, Bruder. Der hat noch nie ein Puff von innen gesehen, Bruder, soll ich sagen. Wir haben nicht mal im Laufhaus rumlaufen, Bruder. Sollen wir nichts von Nava erzählen. 16. Wenn die Trocken da das reingeschickt hat, das kannst du nicht besser, Bruder. Die Trocken da das reingeschickt hat. Nein, Arne, ich denke, wir sehen uns. Aber Motte kann's nicht gucken, Wiederholungen, ne? In unserer Region verboten. Mit Top-Ed kann man gucken. Ladies and Gentlemen, ich verabschiede mich. Lydion, Kai, ey Kai, du geile Sau. Wir sehen uns, pass auf eurer Ersche auf. Lasst euch bitte nicht bumsen, ja? Und wenn die bumsen, dann immer nur mit Kondom, Leute. Ganz wichtig, immer mit Gummi. Ganz, ganz wichtig, Leute. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Immer mit Gummi. Das ist ein wenig, ähnter. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du warst. Und dann schimmst die Dürmer, ich nehme einen Daumen, Und dannista für Sie, Und dann das war wirklich nicht, es gibt auch ein Dürmer. Vielen Dank.